Keter-Transfer also über die Bühne, da gab es ja schon länger entsprechende Gerüchte. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich... Chance zur Führung! Und Tor! Boah, das könnte noch ganz wichtig sein! Erstmal die Führung, die haben die Oberhand. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Saubere Planke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerfen. Klasse Tor hier von Ihnen, da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als Wolf. Fast noch wichtiger bei der Hereingabe.